Das Lokal kenn ich schon ganz, ganz lange. Das Wort, pass auf, sag ich dir gleich. Müsst es jetzt so 17 Jahre sein, 18 Jahre wahrscheinlich. Da hat er ganz frisch aufgemacht, der Bärtl. Ja, ich habe das Lokal kennengelernt und lieben gelernt. Ich bin seit zwölf Jahren in Wien und dann war natürlich klar, dass das mein Hafen ist. Es ist egal, wo auf dieser Welt ich bin oder ich war, das erste, was ich mir gesucht habe, ist ein Lokal in der Nähe meiner Schlafstätte, was halbwegs angenehm ist. Und egal, wo ich bin, ich generiere jetzt und ich bin daheim. Ich muss arbeiten, weil sonst wird es mir langweilig. Also, ich muss arbeiten. Es ist nie die Gefahr, dass ich überarbeitet bin, im Gegenteil. Es ist nie die Gefahr, dass ich unterarbeitet bin. Nächstes Frühjahr bin ich in Klagenfurt und spiele Bernd Brecht. Mutter Courage und ihre Kinder. Genau. Also, ich bin jetzt ziemlich genau, am Tag genau ein Jahr bin ich jetzt früh ausgebucht. Das ist ja mein natürliches Biotop. Das heißt, von dem her habe ich immer einen Heimvorteil, wenn ich in einem Lokal bin. ha, ha, ha! Bis zum nächsten Mal.